Sobald ich Krischi finde, bin ich frei. Ich muss nur Krischi finden. Oh mein Gott. Krischi? 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 Sorry. Oh mein Schädel. Ich bin is. Was? Oh. Oh, was ist das? Überzock ich. Ich habe dich hier im Wald in Lübeck gefunden und habe mir gedacht, vielleicht willst du wieder nach Hause. Damit du sicher ankommst, habe ich dich mit der österreichischen Post transportieren lassen. Alles Liebe, Krischi. Krischi, ich will nichts sagen, aber... Zwei Jahre. Ich lag jetzt zwei Jahre offensichtlich irgendwo in einem Wald in Lübeck und daran bist nur du schuld. Mit deinen Drecksfound-Footage-Scheißfilmen. Krischi, ich schau aus wie ein Höhlenmensch und ja, ganz ehrlich, ich weiß, ich habe einen recht langsamen Bartwuchs. Das ist offensichtlich das, was ich nach zwei Jahren zu bieten habe und schau ein kleines bisschen aus wie ein Abflussreiniger von den Rolling Stones. Aber ganz im Ernst, ich war zwei Jahre in Lübeck. Das sind zwei Jahre zu viel. Aber wahrscheinlich habe ich eh nicht irgendetwas Spannendes oder Wichtiges oder sonst irgendwas verpasst. Und zumindest, zumindest kann ich sagen, ich bin jetzt wieder, wo ich mich wohlfühle und wo sicher bessere Filme auf mich warten. So wie zum Beispiel... AAAAAAAK!!! Oh! σα? video! setma! AAAAAK!!! ộc. Liberal Hag. legally. keyah. AAAAAAAK! Oh, ich hatte diese Musik länger in Erinnerung. Versammlung, aber ganz im Ernst, was heißt dieser Filmtitel? Nacht der Vampire. Sollte das nicht eigentlich Standard sein? Weil am Tag würden sie ja alle sterben oder noch viel schlimmer glitzern. Aber dieses Mal ist es vor allem eine ganz spezielle Nacht für einen ganz speziellen Vampir-Darsteller, nämlich Paul Naschi, der sich offensichtlich nach seiner Vorliebe für Schokolade benannt hat. Aber ganz im Ernst, was wir hier sehen, ist mehr oder weniger eine Art Chewpacca mit Reißzähnen. Ein übermäßig aggressiver Gorilla. Das ist kein Vampir. Ganz im Ernst, es sieht aus wie mein Badezimmer-Mobb, dem jemand Zähne dran getackert hat. Und dazu finde ich noch absolut toll, dass da unten drauf steht, DVD-Videodisc von Effe. Ja, ganz ehrlich, das Einzige, was bei diesem Film hilft, ist auch wirklich Effes. Aber trotzdem haben wir es hier mit einem offensichtlich etwas identitätsverwirrten Vampir-Film zu tun, weil beispielsweise alleine im Menü der DVD dann auch der Filmtitel Wäre Wolfes Shadow angezeigt wird. Das könnte auch irgendein Wort sein. Und ich frage mich echt nur, um was für ein Fisch geht es da eigentlich? Gut, wir haben natürlich schon besprochen, Paul Naschi spielt in dem Film mit. Das ist meiner Meinung nach gemessen an den Filmen, die er macht. Einfach ein viel zu netter Name. Naschi. Das klingt irgendwie so süß, so einladend. Da finde ich, ist der Name des Regisseurs wesentlich treffender. Leon Klimofsky. Das klingt ungefähr so wie ein Wodka, der nach Klorreiniger riecht und schmeckt, als hätte man den Angstschweiß von einem schweren Alkoholiker in Flaschen abgefüllt. Aber ganz im Ernst, wo wir gerade beim Thema Alkohol sind, meiner Meinung nach sollte jeder DVD von Die Nacht der Vampire eine kostenlose Flasche Jägermeister beilegen. Und außerdem, nur für den Fall, dass einen irgendwann einmal Paul Naschi besuchen kommt, vielleicht auch die ein oder andere Silberkugel. Aber wir starten den Film übrigens auf dem Friedhof der guten Ideen. Da sagt gleich einmal einer der zwei Charakterversatzstücke, man hat das Gefühl, als ob die Sonne scheinen würde. Ich hasse den Vollmond. Du hast also das Gefühl. Könnte übrigens daran liegen, dass diese Szene gedreht wurde am helllichten Tag. Und dieser quasi dritte Satz in diesem Drehbuch einfach nur die Daseinsberechtigung hat. Warte mal, äh, Leon, Paul, schauen wir mal, für wie deppert können wir das Publikum von diesem Film halten? Schauen wir mal, jemand, der nach diesem Satz das Kino verlässt, den haben wir leider nicht packt. Bei allen anderen ist eh schon wurscht, was in dem Rest von dem Film vorkommt. Das ist wirklich absolut toll. Ich meine, sogar Joe D'Amato hat sich damals noch ansatzweise bemüht, seine Nachtszenen zumindest mit Day-for-Night-Filtern zu drehen. Da ist es einfach nur ein Day-for-Day-nicht-vorhandener-Filter, während irgendjemand einen Dreck in die Kamera rotzt. Alla, oh, was für eine Überraschung aber, dass es so hell ist. Was kommt als nächstes? Dann brauchst du vielleicht einfach nur irgendwie sagen, so, Wahnsinn, was ich hier für einen Schwachsinn labere. Das ist der größte Unfug aller Zeiten. Und im Umkehrschluss dafür wäre dann offensichtlich auch das Drehbuch gut. Nein, 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 Nacht der Vampire. Deine vierte Wand bleibt so zubetoniert wie die in Fritzls Keller. Und, ach ja, ich sollte vielleicht dazu sagen, dass ich den Großteil von diesem Review vor drei Jahren schon geschrieben habe. Schauen wir mal, ob man es irgendwann einmal merkt. Auf jeden Fall sagt dann der Polizist von den beiden, die Armut ist der Fluch der Menschen in diesen Dörfern. Und die geistige Armut ist der Fluch von diesen Drehbuchautoren. Na ganz ehrlich, warum ist der Friedhof alleine schon einmal außen auf Deutsch beschildert und drinnen steht dann das Wort Morgue auf Englisch? Und außerdem, muss man dazu sagen, wohnt auf diesem Friedhof die lauteste Katze der Welt. Ganz ehrlich, kann Halle Berry irgendjemand was zum Essen vorbeibringen? Das ist ja nicht mehr zum Aushalten. Die jammert so laut, da wird sogar Grumpy Cat vor Neid erblassen. Und damit haben wir den nächsten Witz, der nicht ganz so gut gealtert ist. Auf jeden Fall sagt dann noch einer der beiden Charaktere, die Menschheit rottet sich aus und die Dummheit feiert Triumphe. Gezeichnet 2020. Punkt. Einer der Charaktere hat übrigens schon vor einiger Zeit noch gesagt, Ich habe in meinem Leben noch keine Leiche gesehen, die so zugerichtet war. Und dann sagt der Nächste, ich bin weiß Gott abgehärtet, aber das ist zu viel. Ja, das könnte ich über den Film auch sagen. Aber ganz ehrlich, sie besuchen diese extrem grausam zugerichtete Leiche, die auf wirklich grausamste Art und Weise eigentlich überhaupt nicht zugerichtet wurde. Ich glaube, das Allerschlimmste, was man diesem Leichnam angetan hat, ist die Tatsache, dass man Paul Naschi beim Frühstück zu wenig Nivea ins Gesicht geschmiert hat. Aber es sagt dann noch einer der Charaktere so, es gibt Dinge, die wir nie begreifen werden. Wie es beispielsweise Paul Naschi zu einer Filmkarriere gebracht hat. Außerdem sagt dann noch der andere, es gibt Dinge, die sind schlimmer als der Tod. Also hast du offensichtlich die Oscar-Verleihung heuer auch gesehen und heuer Lassen wir das. Der Doktor meint nur noch, bitte seien Sie mir nicht böse, aber hören Sie mit diesem Blödsinn auf. Passt! Wo kann ich das unterschreiben? Ich meine ganz ehrlich, mir ist es ja wurscht, ob ihr mir nachher böse seid oder nicht. Liebe Drehbuchautoren von Nacht der Vampire, aber hören bitte verdammt nochmal mit diesem blödsinnigen Geschwafel auf. Weil ganz im Ernst, dieser Film dauert... lang. Und so in diesem Tempo kommen wir nicht weiter. Aber ganz im Ernst, diese Szene ist derartig absurd. Es entdecken Sie auf diesem komplett unbeschadeten Körper. Ganz ehrlich, dass Paul Naschis Körper in dieser Szene eine Leiche darstellt, ist ungefähr so glaubwürdig wie die Tatsache, dass ich die letzten zwei Jahre im Wald von Lübeck gelegen habe und es dabei trotzdem irgendwie geschafft habe, wieder sieben Kilo zuzunehmen. Auf jeden Fall finden Sie dann dort eine Art fünfeckige Wunde, so ein aufgemaltes Krickelteil. Und der Charakter sagt, das ist das Zeichen des Vampirs. Genau! Mit einem Lippenstift völlig ungleich hingekrickelte Fünfecke sind übrigens kein Zeichen dafür, dass die vierjährige Mamas Lippenstift in die Finger bekommen hat, sondern das Zeichen eines Vampirs. Oder vielleicht dachte sich sogar selber noch der Vampir, dass diese Bischspur derartig lächerlich aussieht, dass man da irgendwas drüber machen muss. Weil ich meine, ganz im Ernst, oder natürlich der Vampir, der ihn gebissen hat, ist gestorben durch den ganzen Alkohol in Paul Naschis Blut. Das hat nicht wirklich funktioniert. Weil ganz ehrlich, und vor allem, wer, welcher Vampir würde Paul Naschis direkt in die Brust beißen? Ich mag keine Haare in meinem Essen. Wobei, gut, der Vampir hätte dann natürlich noch einen anderen Spitznamen für ihn, nämlich Paul Fairnaschi. Das ist übrigens auch sein Pornopseudonym. Der Charakter meint dann übrigens, der Doktor soll jetzt Naschis Magen untersuchen. Genau, weil da können wir sehen, wie viel Luft da drinnen ist, oder vielleicht keine Ahnung, rinnt das Ganze aus und endlich immer Jägermeister. Ja, sie weiß es nicht. Auf jeden Fall hat der Doktor jetzt eine ganz tolle Idee. Und wir hören uns diese Idee jetzt einmal kurz gemeinsam an und werden vielleicht herausfinden, an welchem Punkt diese ach so tolle Idee beginnt damit, nicht mehr ganz so toll zu sein, okay? Auf jeden Fall möchte der Doktor jetzt beweisen, dass Naschi kein Vampir ist, indem er ihm diese eingeschossene Silberkugel aus dem Körper rausschneidet. Denn, wenn er dann tot bleibt, war er ein Mensch. Wenn er wieder aufsteht, dann war er halt blöderweise doch ein Vampir. Es ist mehr oder weniger so dieses alte, mittelalterliche Hexentest-Ritual nur umgekehrt. Aber, was ich natürlich in diesem Fall am allerbesten finde, also bei mir schneiden jetzt die Alarmglocken in die Höhe, sie machen diese Untersuchung selbstverständlich ohne irgendeine Sicherheitsvorkehr. Ich weiß schon, keine Waffen, keine Soldaten, kein Messer, nicht einmal irgendwas wie... Ja, und wenn der jetzt wieder aufsteht und uns alle angreift, dann war er vorher ein Vampir. Na, schauen wir mal. Oh je. Da hab ich wohl nicht mitgedacht. Ich meine, ganz ehrlich, die sind sich ja ihrer Sache offensichtlich so sicher. Wenn ich mir so sicher bin, dass das eh ein Mensch war und kein Vampir, dann brauch ich aber auch diese blödsinnige Untersuchung nicht machen. Ich meine, da wär's ehrlich gesagt wesentlich spannend, eine derartige Obduktion beim Drehbuchautor von Die Nacht der Vampire zu machen und herauszufinden, ob da irgendwo ein Gehirn versteckt ist. Weil da bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass man nix findet. Nein, diese Leute sind sogar noch so klug und ähnlich wie der Joker in the Dark Knight, nachdem sie diese Kugel entfernt haben. Klick, drehen sie sich noch um, hat sie sich gemütlich, eine Hand stehend da so. Ja, da wird sie nicht aufstehen, gell. Nein, nein, das ist ganz, ganz... Da hinschauen. Nein, wir müssen nicht hinschauen. Was sagst du? Oh, blöd, ich bin tot. Was für eine komische Überraschung. Ja, da sie nämlich dabei so abgelenkt sind, davon sich selber zu vergiften, dass sie nicht einmal mitbekommen, dass sich Paul Nashi tatsächlich hinter ihnen aufbaut und dann auf dem Weg unbedingt jemand noch irgendwie zwei Kilo Schamhaare ins Gesicht kleben hat müssen. Was zum Teufel ist das? Und Moment! Als Nächste, was wir ungefähr irgendwie an der Stelle klären müssen, Paul Nashi spielt einen Wehrwolf mit Vampirzähnen? In einem Film, der in den ersten drei Minuten uns erklärt hat, wieso die Beleuchtung am Set so beschissen ist, wird das Hauptmonster nicht erklärt? Nein, gut, zumindest hat der Regisseur Leon Klimowski seine Ausbildung als Zahnarzt irgendwie einmal sinnvoll einsetzen können. Aber ja, wer blöd ist, dem passiert Blödes. War damals übrigens laut dem alten Skript auch für meiner Meinung nach ein toller Werbespruch für die Trump 2020 Kampagne. Aber ich finde langsam, aber sicher ist es Zeit, sich ein Gläschen Sekt einzuschenken und sich zu denken, ja, ich kann endlich aufhören mit den Trump-Witzen. Wie geil ist das? Anyways, der Doktor steht da, wie man es natürlich als Arzt macht, in seiner Praxis, bei einer Untersuchung. Von hinten greift ihm eine haarige Pratze auf die Schulter, schubst ihn leicht und er ist tot. Dann kommt der zweite von diesen Typen, der wird übrigens auch ganz so, upala, gegen eine Wand gestoßen und stirbt dabei ungefähr so schnell wie Dirk in der NES-Version von Dragon Slayer. Also, wow! Und weg sind sie beide, wundervoll. Auf jeden Fall, ähm, wirklich, der zweite wird leichter berührt, als man das normal beim Fangenspielen macht. Mein Schild seit vorher geht's mit euren Kindern im Park, die, ähm, spielen dort fangen, der eine wird berührt und plötzlich fällt der Tod um. Oder desintegriert wahrscheinlich schon aufgrund der hohen Gewalt, die dort, äh, herrschen wird. Naja, auf jeden Fall, ähm, sehen wir dann bei diesen Kills natürlich auch noch komplett minimale, aber gleichzeitig für das, was hier passiert ist, trotzdem übertriebene Bluteffekte. An dieser Stelle hätte ich übrigens einen Practical Joke einbauen können, wo ich sage, und dann mit einer Ketchupflasche in der Gegend herumsprühe. Aber ich muss dazu sagen, ich hatte dann doch irgendwie keinen Bock, die nächsten dreieinhalb Stunden Ketchup hier aus jeder Öffnung rauszutratzen. Anyways, ähm, das ist mit Sicherheit die uninspirierteste Anfangsszene, die ich jemals gesehen habe. Aber mein Gott, wahrscheinlich hat Paul Naschi die beiden auch einfach nur weggeschubst, weil er selber endlich weg will von dem Set. Gebt's mir mein Steck, gebt's mir mein Bier, aber schleichts echt endlich. Und der Regisseur hat's einfach dringelassen, wahrscheinlich was jeder letzte Drehtag, und Paul Naschi war gerade mal so erfreut, dass er diesen Schwachsinn endlich hinter sich hat, dass, ähm, das Ganze dann so passiert ist. Ich meine, immerhin dürfte er Hunger gehabt haben, das Catering am Set dürfte nicht so gut gewesen sein. Er hat ja immerhin schon eine Kamera verspeist und läuft dann in bester Evil Dead Manier durch den Wald. Hauptsache, er lässt seine beiden Opfer einfach liegen, nicht, dass man die vielleicht irgendwie essen könnte. Er sollte im Wiener Gastgewerbe anfangen. Naschi stalkt sich dann auf jeden Fall durch den Wald, bis er auf irgendeine Art Rotkäppchen-Ersatz trifft. Und apropos Rotkäppchen, wie nennt man K-1 hinter der Bühne? Not-Räppchen! Oder vielleicht ist das der Satz, mit dem ihn Schwaben einfach nur bitten wollen, dass er aufhört mit seinem grauenhaften Gegröle. Ebenfalls übrigens ein Witz, der nicht im Jahr 2021 geschrieben wurde. Und ganz ehrlich, sogar einer, den ich momentan selber nicht mehr verstehe. Naja, Naschi fällt Rotkäppchen übrigens an, beißt sie in den Hals und geht dann einfach wieder. Ich meine, irgendwie kommt mir der wirklich blöd vor. Das ist schon das dritte Opfer, oder so im wahrsten Sinne des Wortes nicht auskostet. Oder vielleicht schmecken sie einfach scheiße. Vielleicht geht der Mr. Wehrwolf-Vampir einfach durch, durch quasi dieses human-biologische Buffet in diesem Hinterwäldler-Kaff und versucht einfach irgendeinen von diesen Leuten zu finden, der nicht so schmeckt wie diese Jelly Belly Beans mit Kotze, Furz oder Ohrenschmalz. Wer weiß, vielleicht sind einfach Duschen dort noch nicht erfunden und die Leute haben einen derartig penetranten Körpergeruch, dass ihnen einfach jedes Mal nach dem Reinbeißen der Appetit vergeht. So quasi, als würden diese inneren Darmgase dann hier durch die Wundöffnungen entweichen und ihn einfach in die Flucht schlagen. Ich weiß es nicht, aber für ein quasi biologisches Abwehrmechanismus Teil wäre es dann eh schon abgerutschspät. Auf jeden Fall merkt man an diesem Beispiel auch vor allem das Niveau von Mr. Klimowski als Regisseur, weil nicht nur das beim Kill von Mrs. Rotkäppchen natürlich eine kurze Nahaufnahme ihrer Brüste notwendig war, nein, wir sehen dann in den Credits noch eine zweite Nahaufnahme, wo genau dort ein bisschen Blut drüber läuft. Das ist noch viel, viel notwendiger für diejenigen, die sich vorher schon gewundert haben, warum der einfach nur alle killt und dann wieder liegen lässt und weitergeht. Aber es folgt ein plötzlicher Szenenwechsel über die Geschichte mit Rotkäppchen, werden wir natürlich nicht mehr weiter informiert. Aber ich bin sehr glücklich, weil es kann an dieser Stelle nur mehr besser werden. Zum Beispiel mit ein paar verwirrenden Stadtaufnahmen, wo man sich ehrlich gesagt fragt, ob sie sich in den ersten vier Minuten die Marilla schon komplett ausgeschossen haben oder eingeschossen haben. Ich weiß es nicht, nein, 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 das ist gar nicht die Stadt, in der der Film spielt. Puh, ich hätte kurz geglaubt, dass irgendwas in diesem Film Sinn ergibt. Nein, es war eine Nahaufnahme von einem Postkartenständer. Und dann unterhalten sich zwei Leute über die Geschichte des Films in einem Segment, das ich gerne nenne Exposition Dump. Sie beginnt übrigens eine Geschichte über eine Adelige aus dem 15. Jahrhundert zu erzählen. Sie hieß Darkula. Offensichtlich hat es im 15. Jahrhundert schon Tippfehler gegeben. Darkula, Contessa de Nadasti. Nadasti habe ich noch nie gehört. Also ganz ehrlich, es ist, die heißt Elisabeth Batori, falls wir uns über die Blutgräfin unterhalten wollen. Und Nadasti, das glaubt, dass die so heißt, das kann ich mir nicht vorstellen. So, Nadasti, das glaubt. Herrlich. Also bitte, mach einfach weiter mit deiner Geschichte. Mir ist es ja wirklich relativ wurscht. Ich bin ja eh schon für einen Wahnsinn entspannt, wie deine kleine Gute-Nacht-Geschichte ausgeht. Vielleicht in der Zwischenzeit kann ich mich wieder hinlegen und vom Gräschi nach Lübeck zurückschicken lassen oder so. So ähnlich schnell, wie das da geht. Es heißt, ihr Leben bestand aus Grausamkeit. So wie meins ungefähr jetzt. Weil Nacht der Wehrwölfe oder Vampire oder was auch immer ist wirklich grausam genug. Da kann mir so eine klitzekleine Blutgräfin in die Stimmung einmal definitiv nicht vermiesen. Es ist die Hölle auf Erden gewesen. So wie es für euch wahrscheinlich damals war, als die Kritiken zu dem Film bekommen hat. Ich weiß, bei dieser erzählten schwarzen Messe, die wir dann beschrieben bekommen und per Rückblende quasi auch gezeigt bekommen, was ich toller finden sollte. Und ganz ehrlich, jeder, der zufällig eine Kopie von diesem Film zu Hause hat, sollte an dieser Stelle bei dieser schwarzen Messesszene mal ganz kurz das Bild anhalten und auf folgende Dinge achten. Erstens, den Teufel mit einem Penis, also mit einem Gesicht als Penis, außerdem die schwarzen Vorhänger mit den aufgeklebten goldenen Sternen. Nein, nein, ich kenne meinen Favoriten, das ist ganz sicher die Köpfungsszene, wo der Henker mit dem Beil ganz vorsichtig, wirklich genauso ein paar Zentimeter oberhalb vom Hals von der Dame wieder aufhört mit seiner Bewegung und wirklich in der Luft stoppt, nur damit in der nächsten Szene irgendein billiges Kopf-Imitators, imitierten Plastik-Imitat auf dem Boden klatschen kann. Yippie-Kai-Jay, Schweine-Button. Niemand übrigens weiß, wo sie begraben wurde, erzählt die eine Frau, das weiß wirklich niemand. Meine Freundinnen und ich haben ein Dokument entdeckt, aus dem hervorgeht, wo man die Leiche finden könnte. Was? Welcher von diesen Niemands hat das aufgeschrieben? Und vor allem, welcher von diesen Niemands bist denn dann eigentlich du, wenn du es ja eh auch weißt? Und ich frage mich außerdem, und wo habt ihr diesen Zettel gefunden? Wahrscheinlich irgendwo in einem Glückskeks, oder? Ganz ehrlich, ich denke, dass vielleicht genügend Leute, die sich, die so aussehen, als würden sie lesen können, irgendwann einmal mit der Geschichte rund um diese Geschichte beschäftigt, dann kann sie im Gegenteil übrigens zum Drehbuch von Nacht der Vampire, an dem glaube ich kaum jemand beteiligt war, der wirklich lesen oder schreiben könnte. Aber ganz ehrlich, du, du Blondchen, schaust mir eher noch so aus, als bist du in einem Alter von 40 Jahren immer noch wahnsinnig überrascht davon, dass Dinge runterfliegen. Hui! Und der Typ übrigens, dem sie diese Geschichte aufs Auge drückt, der findet die wahnsinnig spannend. zumindest einer gönnen wir ihr diesen Erfolg. Und er würde übrigens auch wahnsinnig gern wissen, wie die Geschichte ausgeht. Ich würde eigentlich wirklich nur ganz gern wissen, wie lang der Schwachsinn noch dauert. Wir können übrigens an der Stelle echt gern tauschen miteinander, weil ich würde jetzt da die nächsten 80 Minuten auch ganz gern sehen, einfach nur mit dem Kopf gegen die Wand rennen. Ich glaube, das macht mehr Spaß, als sich die Nacht der Vampire weiter anzuschauen. Er sagt dann übrigens noch, James Bond ist ein Waisenknabe gegen mich. Ich habe alle seine Filme gesehen. Ja, außerdem habe ich Weird Al Yankovics Like a Surgeon Video gesehen und bin deswegen ausgebildeter Chirurg. Oder ich habe die Human Centipede Filme gesehen und deswegen fällt mir so viel Scheiße aus meiner Kuchenöffnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall macht sie sich dann mit einer ihrer Freundinnen und ich hoffe, ihr seid mal wirklich nicht böse, dass ihr die Namen nicht weiß, weil ihr müsst an der Stelle wirklich verstehen, die waren mir scheißegal und die beiden sind jetzt auf dem Weg zum Schloss, aber und ja, ich rieche an der Stelle die Chance für einen wirklich, wirklich billigen Witz und nein, ich werde ihn nicht machen, aber die beiden Damen in dem Auto haben sich verfahren. Sollten nur froh sein, dass die Hügel in der Nähe keine blutigen Augen haben, aber ganz ehrlich, dieses Dorf, wo sie hinwollen, das Einzige, was ich weiß, ist, weggezaubert, hat das mit Sicherheit niemand, weil ganz ehrlich, wenn das so leicht geht, dann ruf ich Daniel, den Zauberer, an und lass diesen Film wegzaubern. Wir haben uns verfahren, wie aufregend, Nein, wie Arsch, ganz ehrlich, wer hat von euch schon irgendwann einmal gesagt, oh, ich habe mich verfahren, das ist jetzt aber aufregend, ha, 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 also bei mir ist es meistens erst ein Geleck, oh, jetzt bin ich schon wieder irgendwo, was sollt ihr Dreck, boah, und da heißt, das Dorf kann doch nicht mehr weit sein, ja, das kommt drauf an, wie weit ihr euch verfahren habt, ich kann mich erinnern an eine Geschichte, die tatsächlich einmal stattgefunden hat, dass eine Frau von ihrem Wohnort in eine, glaube ich, 30 Minuten entfernte Stadt gefahren ist und in die falsche Richtung gefahren ist und das vier Stunden lang und sich noch nicht gewundert hat, dass dieses Dörfchen irgendwie nicht auftaucht und dann irgendwann einmal viereinhalb Stunden von ihrem Ziel entfernt hat, also ja, dann ist dieses Dörfchen schon wirklich, wirklich wahnsinnig weit, aber gut, offensichtlich haben die beiden auch am helllichten Tag Angst davor, dass es irgendwann einmal dunkel wird, Gott, irgendwie habe ich langsam das Gefühl, dass der Film nicht einmal weiß, was eine Sonne ist, oder? Ich meine, gut, so intelligent, wie die Charaktere in dem Film agieren, würde mich das auch nicht wundern, wenn sie das Konzept des großen, gelben Feuerballs am Himmel auch irgendwann einmal das erste gehört, habe ich irgendwie fast das Gefühl, dass die Beleuchtungstechniker von die Nacht der Vampire am Set einmal gelandet sind und schaut haben, so, boah, was ist das? Aber gut, sie kommen dann irgendwann einmal zu einem Haus, was eine von den beiden natürlich gleich einmal inspizieren geht, ist ja auch klar, weil wer weiß, wie sehen wir in einem Horrorfilm, vielleicht finden wir den ein oder anderen coolen Jumpscare und tatsächlich sind diese zwei Jumpscares, die uns in diesem Haus begegnen, wirklich eine Spinne und eine Puppe, die an einer Schnur hin und her gebaumelt werden, ganz im Ernst, das ist wie mit einem Autoschlüssel vom Gesicht vor einem Kind hin und her wachen, in der Hoffnung, unterhalte ich, unterhalte ich, das ist lustig, ha, 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 gut, Blumhaus verdient damit Milliarden, also was soll's, plötzlich wird sie dann von Paul Naschi überrascht, der sich als Schriftsteller ausgibt, weil gut, wer wohl vom Bier klingt im Lebenslauf wahrscheinlich nicht ganz so vertrauenserwecken wie das und bietet ihnen dann an, dass sie noch bleiben dürfen, bis dann ein paar Tage später ein Freund mit einer Essenslieferung kommt und der sie dann in die nächste Stadt bringen kann, weil sie ja mit dem Autokal Benzime haben und die Stadt 30 Kilometer weg ist und das ist ja eigentlich relativ wurscht, er erzählt ihnen auf jeden Fall, er wohnt seit sechs Monaten in einem halb verfallenen Haus, gut, was er wahrscheinlich dazu noch nicht gesagt hat, ist, als er dort eingezogen ist, war dieses Haus noch ein Neubau, aber er ist wirklich, wirklich, wirklich schleißig beim Putzen. Die zwei, ähm, eine Mrs. sagt dann übrigens, jetzt haben sie zwei Gäste und können sich nach Herzenslust unterhalten. Hoho! Wenn er nur wüsste, mit welchen Intelligenzgranaten er es da zu tun bekommen hat, würde er sich wahrscheinlich freiwillig die Pulsadern aufschneiden mit einem in Knoblauch getränkten Silbermesser im Sommerlicht, äh, Sonnenlicht, aber dazu müsste man wahrscheinlich wissen, was Sonnenlicht ist, aber gut, ich glaube, ähm, der Kontakt zu diesen Damen könnte für ihn wahnsinnig hilfreich sein, für seine weitere Charakterbildung, denn, nachdem er sich vorher darüber beschwert hat, ähm, wie einsam er sich doch fühlt, glaube ich, dass zwei Minuten mit diesen Intelligenzakrobaten da reichen, damit er die Einsamkeit wieder so richtig wertschätzen kann. Beim Abendessen erzählt Naschi dann übrigens über dieses Buch, das er schreibt, über das Kloster. Eine von den beiden Studentinnen fragt, werden Sie es in Frankreich veröffentlichen? Und Naschi antwortet, nein, sicherlich nicht, es ist eine wissenschaftliche Arbeit für die Universität, kömmt, genau, weil die Baguettefresser sind sicher zu blöd für meine literarischen Erdüsse, die ich da in einem Haus ohne Strom, ohne Licht, ohne irgendwas in irgendein Buch rotze aus Gründen. Die Mädels merken übrigens, dass sich dann Naschi für dasselbe Thema interessiert, das auch sie interessiert, weswegen sie dort überhaupt hingefahren sind und sprechen dann diese berüchtigte Hexe, die sie in einen Vampir verwandelt hat. erinnert sich noch an den Teufel mit dem Zichtsbeil, herrlich, und daraufhin zeigt Naschi seinen besten Christopher-Lie-Blick, das war jetzt eher mein bester Jack Black, Entschuldigung, seinen besten Christopher-Lie-Blick, der so stechend ist, dass sich sogar die Kerzen freiwillig und selbstständig ausblasen, weil sie offensichtlich mit dem Pleißen nichts mehr zu tun haben wollen. Und auch die beiden Frauen gehen sofort schlafen, weil, uh, ein Luftzug hat eine Kerze ausgemacht, das ist so gruselig. Und dann kommt eine der besten Szenen in dem ganzen Film, die beiden unterhalten sich auf ihrem Zimmer und eine von den beiden sagt, es muss eine Frau in diesem Haus sein, nur eine Frau, deckt einen Tisch so. Und es gibt viele Steckdosen, warum funktionieren die nicht? Das ist eine wirklich lückenlose Argumentation, wirklich, wirklich, Prinzessin, du könntest die Anwältin von O.J. Simpson sein. Aber ganz ehrlich, die Antwort von einer anderen ist dann, finde ich, noch viel besser auf die Frage, boah, da muss eine Frau sein für den gedeckten Tisch und das Essen, was es gegeben hat, sagt die andere, das Essen bestand nur aus kalten Platten und das kann jeder zubereiten. Sogar ein Mann. Wow! Ganz ehrlich, der erste Exploitation-Film, den ich kenne, der sexistisch gegenüber beiden Geschlechtern ist, da kann sich noch einmal nicht mehr jemand über mangelnde Gleichberechtigung aufregen. Außerdem ist es ja möglich, dass man dieses alte Haus noch nicht ans Stromnetz angeschlossen hat. Genau, weil Steckdosen sind so eine wunderschöne Raumdekoration, dass man die einfach ohne Stromversorgung als Zierde irgendwo hingemacht hat. Kennt man doch, oder? Das bekannte Gemälde auf der Decke der Sixtinischen Kapelle, die 14 Schweinsrüsseln, die einbetoniert sind, oder wie der Scheißdreck heute heißt. Bei dem Dialog fällt mir übrigens auch etwas ganz besonders deutlich auf, dass die deutschen Synchronsprecher ungefähr so lustlos vor diesem Film gesessen haben müssen, wie ich jetzt. Weil ganz ehrlich, hätte dieser Film auch nur ansatzweise den blassesten Dunst von einem Funken, von einer Atmosphäre, das würde ihr jetzt wahrscheinlich ein bisschen schaden. Aber in der Nacht kommt dann plötzlich eine fremde Frau durch die Tür und sagt, sie müssen gehen, der Vampir bringt sie um, bitte glauben sie mir, sie werden umgebracht, der Wehrwolf, bitte was? Wer jetzt? Was jetzt? Aber um natürlich ein bisschen Vertrauen zu erwecken bei der Frau, legt sie ihr dann noch kurz ihre Hände um den Hals, streichelt ihr ein bisschen die Brüste und jetzt würde ich ihr jedes Wort glauben. Also ganz ehrlich, jemand, der mir erzählt, die Pandemie ist erfunden, es gibt kein Corona, das ist alles eine Machenschaft von den Illuminaten, würde ich sagen, du bist ein Volltrottel, aber sobald er mir ein kleines Bissl die Nippel reibt, dann jawohl, du bist ein Genie, auf jeden Fall, vor allem, wo ich mir irgendwie gerade denke, nachdem sie nicht einmal weiß, vor welchem Monster das jetzt eigentlich gerade gewarnt werden will, ich freue mich schon auf den nächsten Horrorfilm, wo das ist, hey, pass auf, da ist der, da ist Freddy Jason Voorhees, Michael Myers, Gottlauf, auf jeden Fall, gibt dann Paul Nashi natürlich in der nächsten Szene sofort Entwarnung, nein, diese seltsame geisteskranke Frau ist natürlich nicht einfach nur irgendeine seltsame geisteskranke Frau, das ist eine Schwester, die es da ein bisschen im Schüssel hat, aber nicht nur die, weil das deutsche Dialogbuch klingt übrigens auch ein kleines bisschen, als wäre es durch eine literarische Übersetzungsmaschine aus dem 18. Jahrhundert gelaufen, weil ich habe mir immer wieder den Gedanken stellen müssen, hat dieser Autor jemals mit irgendeinem anderen Menschen gesprochen, dass er derartig wenig Ahnung davon hat, wie Menschen sprechen, was ist das? Zum Beispiel sagt Paul Nashi dann zu der einen von den beiden Studentinnen, meine Schwester erlitt einen fürchterlichen Schock, ihr Geist verwirrte sich, aber sie blieb völlig ungefährlich, es war Gott sei Dank nicht notwendig, sie in einer Anstalt unterzubringen, naja, also, das ist schon irgendwie komisch, sie lebt hier ohne, dass sie anderen zur Last fällt, sie ist glücklich, so glücklich, dass sie irgendwelchen anderen Leuten von non-existenten Dämonen erzählen muss, also, wahnsinnig glücklich, stelle ich mir das jetzt eigentlich nicht vor, das ist ungefähr so, als würde irgendjemand annehmen, dass ich glücklich bin, wenn ich hier sitzen darf und über die Nacht der Vampire sprechen muss, aber, das ist ja, das ist ja wirklich noch nicht alles, weil, der Drehbuchautor weiß ganz offensichtlich auch nicht, wie Menschen handeln, weil, während übrigens Paul Nashi, der einen diesen Dreck ins Gesicht drückt, drückt die Schwester von ihm wieder bei der anderen auf den Hals und wirkt sie aber in diesem Fall fast zu Tode und nachdem eben die Studentin dann ihre Freundin mitgenommen hat und sie im Zimmer versorgt, dazu gleich mehr, unterhält sich Nashi mit seiner Schwester und sagt, wenn du sie das nächste Mal verletzt, dann werden sie uns verlassen. Beim nächsten Mal? Ganz ehrlich, die jetzt beide schon einmal attackiert und ich weiß nicht, das erste Mal war in Ordnung, das andere war schon und was ist das dritte Mal? Schneid sie einen Shell ab? Ich weiß nicht, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. Außerdem, alle guten Dinge sind drei, den Spruch kenne ich, aber doch bitte nicht beim Fass zu Tode gewürgt werden. Beim nächsten Mal werden sie gehen, da schreicht sie euch sofort. Auf jeden Fall verarbeitet die verarztet die Studentin jetzt ihre schwerverletzte Freude, ohne Verletzungen, weil wieder das vielleicht der unterdurchschnittliche, die unterdurchschnittliche Verwendung von Nivea war das größte Verbrechen, was da passiert ist, aber am besten gefällt mir jetzt auch der Dialog, weil die Verletzte sagt, wir müssen hier weg, das sagt mir schon der gesunde Menschenverstand, woraufhin die andere antwortet, das ist mir jetzt egal, wir bleiben. Echt jetzt, das ist das Niveau, dass der Drehbuchautor mehr oder weniger wortwörtlich in dieses Drehbuch reinschreibt, Achtung, alles was ich jetzt sage ist Bullshit, oder wie Uwe Boll sagt Bullshit, und dieser Film ist wirklich Bullshit, aber nachdem sie jetzt übrigens ihre schwer verletzte Freundin damit verplegt hat, indem sie ihr ein Pflaster auf Rücken gebliegt hat. Das kann man nicht einmal erfinden. Und am nächsten Tag machen sich Paul Naschi und die beiden Ladies dann auf zum Grab der Kondessa der Na, dass die sie nichts besseres einfallen haben lassen als Name ist ja wirklich eine Frechheit, aber glücklicherweise besteht der Sargdeckel von der guten Kondessa nur aus Thyropor, sonst wäre das wirklich anstrengend. Nachdem dann der Sargdeckel gehoben wird, will eine von den beiden Studentinnen gehen und sagt, ohne mich, ihr wollt euch jetzt also die Leiche anschauen, nachdem wir ihr Grab geöffnet haben, da will ich nicht dabei sein, ich will sie nicht sehen und da kommt sie jetzt drauf. Genau, natürlich wirklich das Schlimmste, was hier passieren könnte, dass sie zu ihren Forschungs- und Recherchezwecken auch tatsächlich einen Blick drauf werfen kann, wobei ich durchaus sagen muss, wenn man über die Geschichte einer Baronin Comtesse aus dem 15. Jahrhundert schreibt, ist wahrscheinlich der Anblick von den paar morschen Knochen jetzt eh nicht wahnsinnig hilfreich, von daher frage ich mich, warum sie den Plätzchen überhaupt aufmachen haben müssen, gut, die Frage wird natürlich sofort beantwortet, ich meine, ja gut, ich schreibe nur meine Arbeit über sie, ich will sie ja gar nicht sehen, ich weiß, wenn ich die Möglichkeit hätte, dass ich dieses Review machen könnte, ohne dass ich mir vorher den Film anschauen hätte müssen, hätte es wahrscheinlich auch gemacht, aber natürlich geht jetzt dann die weg und die andere bleibt und wer bleibt natürlich die jenige, die nicht einmal in die richtige Richtung scheißen kann, bleibt, weil natürlich schafft die es, sich dann beim Rausnehmen von dem Kreuz, aus der Brust von dieser Comtesse verletzt sie sich und natürlich tropft das Blut genau in den Mund von dieser Leiche ist natürlich klar und wenn wir aus Bordello of Blood eines gelernt haben, dann dass das kein besonders gutes Zeichen ist und vor allem ist sie genauso tepert wie die zwei Typen am Anfang von dem Film weil sie sagt noch die Legende sagt wenn man ihr das kreuz aus der Brust zieht dann erwacht sie wieder zum Leben Gott oh ich hab mir wehgetan oh schau mal dass wir auf ihren Mund troffen da kann gar nichts schief gehen wenn ich daran denke dass der Film bis jetzt ungefähr bei der Hälfte ist und wie uns die letzte dreiviertel Stunde von diesem gesendeten Gatsch der Sporn kenterten wenn die nicht derartig Gehirn amputiert wär dann tut mir das ehrlich gesagt fast noch ein paar mehr wehr aber egal natürlich hat's die andere jetzt auch nicht unbedingt leichter weil plötzlich einer der Mönchzombies aus der Dynastie der reitenden Leichen entdeckt sie macht sich dann plötzlich über sie her der Schauspieler von diesem Typen weiß aber offensichtlich jetzt nicht ganz dazwischen ist im Endeffekt rammt ihm Naschi dann einfach das vorher akquirierte Kreuz in die Brust und passt nächste Szene fertig ist es mehr passiert da einfach nimmer mittlerweile ist dann die Armee der Finsternis auch schon aufgetaut entsteigt ihren Gräbern und dankenswerterweise natürlich nicht den echten Gräbern sondern nur einfach so mit 1 cm Erde zugeschüttet weil den Kilo Blumentopf kann man leicht auf die ich als Kind ich war ja tatsächlich ganz gerne mal reiten und ich hab die ganzen Ponys gemocht und die ganzen Pferde gemocht und irgendwann bin ich als Kind an einem Geschäft vorbeigegangen und hab gedacht was ist das was sind das für komische Blumentopf Pferde ja vielleicht sollte ich aufhören mich über die Dummheit anderer lustig zu machen anyways die Frauen in ihrem Zimmer packen dann natürlich die Sachen reden weiter wie die Rückkehr nach Frankreich eine sagt ich möchte einfach wieder mit normalen Menschen zusammen sein gut dann musstest du in dem Fall dann auch den Spiegel abmontieren eine sagt ich habe das Gefühl ich bin in einer anderen Welt hier ist alles so unwirklich du bist in einem Paul Nasch Film das ist da so üblich nur was sie mit dieser unheimlichen Atmosphäre die sie anspricht dann meint das war sie nicht unbedingt weil die wäre mir nicht aufgefallen bete zu Gott bete mit all deinem glauben ich habe Durst ich gehe in die Küche Dialoge und ganz ehrlich wer glaubt dass ich das jetzt irgendwie erfunden habe dazwischen was weglassen habe generell irgendeinen Scheiß drin daraus gemacht nein bete zu Gott bete mit all deinem Glauben weil irgendwas ganz furchtbar ist ich habe Durstück in die Küche das ist ganz ehrlich wenn alle ihre Drehbücher schreiben ich kann das schon richtig vorstellen sein oder nicht sein das ist hier die Frage so ich gehe jetzt aufs Zimmer scheißen soll ich was mitbringen auf jeden Fall während sie jetzt in der Küche ist um sich Wasser zu holen dass offensichtlich dieser drehbuchtechnische chemiestreich dessen war dass man sie einfach einmal kurz die Tür vom Pausenraum geöffnet und so gefüllte 200 Stangen Marlboro ziehen raus auf den Gang aber gut für sie ist der Warnhinweis Rauchen ist tödlich mittlerweile eh schon wurscht weil man sollte für sie eher in so einem Schloss einen Warnhinweis anbringen wo drauf steht einer frisch erweckten Vampirin ins freie folgen und ihr dann den Arm für einen kleinen Snack hinhalten ist tödlich und dumm vor allem dumm wirklich als Dankeschön eine kleine Umarmung für diejenigen die sich der Freiwillige als Vampirbuffet zur Verfügung gestellt hat ähnlich übrigens wie im Jahr 2020 bei unserem geschätzten Medizinpersonal man verausgabt sich bis zum sprich und wortwörtlichen Aderlass und als Dank gibt's dann ein bisschen Applaus ein paar steinharte Kekse und ansonsten kann man scheißen gehen aber jetzt wird's komisch und ja jetzt ihr habt's wirklich richtig gehört jetzt das vorher war alles noch der normale Teil von dem Film aber diese eine Studentin geht jetzt plötzlich durch den Gang zu Smokey Joe während Naschis Schwester in dem Haus tot über einem Zaun hängt und am besten finde ich an der Stelle übrigens die Rolle von diesem Kamera Assistenten der offensichtlich unterhalb der Kamera knien hat müssen und immer so dieses Tor hin und herschaukeln dass sich das bewegt was wirklich wundervoll aussieht dann begegnete die andere als Vampirin und dann wird sie von Naschi vertrieben der nämlich ungefähr wie John Sinclair mit diesem Kreuzer herkommt weiche und dann weicht sie und dann die Szene ist dann aus und nach einer kurzen Umarmung gibt's dann ein bisschen Smalltalk über die Walpurgis nach was was ganz ehrlich die ist jetzt gerade plötzlich in diesem Haus durch einen verrauchten Gang gegangen wurde von ihrer ehemaligen besten Freundin attackiert nachdem sie eine Leiche gefunden hat und diese ehemals beste Freundin wurde vertrieben durch das Zeigen eines Kreuzes und die nächste Unterhaltung die sie führen ist so okay ja passt und jetzt gibt's dann die Walpurgis und da kommt dann vielleicht irgendein Teufel bei der Tür nach drein ich weiß es nicht wer hat diesen Leuten gezeigt wie sich Menschen verhalten vor allem weil dann diese Studentin und mittlerweile wird der Name oft genug gesagt dass sie heißt Elvira füge beliebige Witze über Christina Peterson an dieser Stelle ein aber sie ist jetzt in Naschi verliebt das hat sie ihm nämlich ebenfalls gesagt nachdem er sie offensichtlich kreuzgerettet hat so ich liebe dich ja das kann ich mir schon ungefähr ganz gut vorstellen aber ganz ehrlich wenn ich Hunger habe und bei Mac Dreck vorbeigehen dann liebe ich ihn auch ist mal relativ furcht aber gut jetzt weiß ich übrigens wie Paul Naschi das immer macht wenn er an seinen Film Drehbüchern mitarbeitet ist ja eigentlich gar nicht so schlecht weil quasi sein überdimensionierter und das funktioniert offensichtlich nach dem guten alten System Drehbuch auf Stift in die Hand ich liebe dich hineinkrickeln Hose öffnen fertig mehr ist da für ihn offensichtlich nichts zu tun aber am nächsten Tag darf Elvira dann endlich diese 30 Kilometer ins nächste Dorf fahren was uns natürlich genügend Zeit gibt für einen wundervollen Exposition Dampf wunderbar kann er wieder in den Wald nach Lübeck das wäre super auf jeden Fall sagt ihr dieser Typ Pierre der sich da mit dem Auto herumführt dass die Vormieter irgendwie alle gestorben sind und das Dorf eine böse Hexe glaubt dann ist bei Paul Naschi der Blitz eingeflagen und deswegen war der Strom kaputt und das war auch die Hexe aber es traut sich niemand darauf dass er das repariert weil die böse Hexe was für eine Ladung Bullshit aber Paul Naschi ist tatsächlich der einzige Charakter in diesem Film der teilweise Dinge tut die gar nicht einmal so blöd sind dass ich da am liebsten mir selber die Haare abschneiden und dann gegen die Wand laufen würde denn während er seine Schwester begräbt haut er ihr zuerst noch den Pflok ins Herz hackt ihr dann den Kopf ab und begrebt sie quasi als Schnittmusterbogen was eigentlich gar nicht so clever ist nicht so unclever ist bei einer Vampirin aber dafür werden in der Zwischenzeit Vira und Pierre von diesen zwei Vampir Schwestern der dunklen Braut und ihrer nicht ganz so dunklen Bräutigemmin im Wald überrascht und deren Special Power ist übrigens und da müsst ihr jetzt wirklich festhalten weil ich glaube das ist ganz ganz schwer auszuhalten deren Special Power ist DERN ENCHAI 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 so langsam wie sich die bewegen brauchen sie die echt nicht wundern dass da nichts weitergeht diese Szene wo sich die fortbewegen bewegt sich ungefähr so stellfort wie die Handlung des Films die Nacht der Vampire und ganz vor allem die nähern sich dem Auto und dann zückt sie das Kreuz zeigt sie und sind sie wieder weg das schon irgendwie eine blöde Schwachstelle oder vor allem wenn ihr einfach nur so machen müsst im Fall das schon kriegt der Begriff Kreuzschmerzen im Endeffekt eine ganz neue Bedeutung aber es ist jetzt Vollmond und holy freaking hell das was wir jetzt sehen ist wahrscheinlich der das Verkaufs der Moment für den Film der Grund wieso man sich diesen Film unbedingt anschauen muss die beste Wehrwolf Transformation Szene die ich jemals gesehen habe vergesst an American Werewolf in London vergesst Wolf kommt hier hier Paul Nashi als sabbernder Chewbacca imitator mit aufgeklebten Sackarm wie er sich von Schnitt zu Schnitt in diesen Wolf immer mehr verwandelt ist dermaßen unfreaking believably shit aber einfach gerade deswegen dermaßen unterhaltsam dass ich es einfach nur großartig finde das ist eine grenz geniale Szene wer die Möglichkeit hat nur das zu sehen und sich den ganzen anderen direkt zu versporen der hat's leibern dann auf jeden Fall seine allererste Amtshandlung ist es natürlich gleich mal einen Camper im Wald zu verspeisen ganz ehrlich wer geht in den Wald damit er sich dort super warm machen kann ist eh schon Nashi murkst ihn dann jetzt einfach herrlich offscreen im Wald ab und es ist eigentlich schon wirklich überraschend wie wenig man das sieht gemessen daran wie hell es wieder mal ist mitten in der Nacht Elvira bekommt in der Zwischenzeit übrigens Besuch von den beiden Vampir Schwestern mit dem Plastikgebiss und ähm kurze Frage Vampire kommen Kreuz zeigen Vampire gehen so hat das schon einmal funktioniert was ist so schwer dran sich das für dieses Mal bleibt Mrs. Elvira einfach sitzen so wie angeklebt schaut ungefähr so lebendig rein wie Joe Spinells Perückenständer und lasst sich gemütlich ein Messer in den Hals schieben das kommt auf der anderen Seite wieder raus sie schaut trotzdem noch ganz deper rein ungefähr so verträumt wie ich meistens beim Fernsehen wenn die Werbeunterbrechungen angefangen haben so dass man quasi das Hirn kurz auf Notbetrieb umschaltet dass man möglichst wenig mitkriegt von dem Scheiß aber du vielleicht war das ja eh alles nur ein Traum oder doch nicht oder doch schon ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung denn es ist mir auch wirklich 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 wurscht übrigens wir müssen tatsächlich mal über was anderes sprechen wenn ihr der Vollmond da ist und wenn Paul Nashi Hunger hat was macht er dann er geht Daninsky Waldemar und ja bis du deper das Video dauert schon lang dass ich mir den Witz bis jetzt verkneifen können ist Wahnsinn ja Daninsky Waldemar ist er geget das ist übrigens auch der Name von Paul Nashis Charakter in diesem Film er lebt im Wald und heißt Waldemar Daninsky what the hell und zwar ohne mit der Wehrwolf Fimper zu zucken erzählt er dann sofort Elvira einfach davon dass er ein Wehrwolf ist die schaut zwar in dem Fall dann ein bisschen depert rein aber ist im Endeffekt so beeindruckt als wenn man ihr im Supermarkt mitteilt dass das Klopapier mit Lavendelduft ausverkauft ist und sie sich mit Klopapier mit Kamillenduft zufrieden geben muss aber dann sagt sie plötzlich aber die Liebe die kann dich erlösen naja offensichtlich nicht oder weil du hast ja schon vorher einmal gesagt ich liebe dich aber es hat dann wieder nix geholfen ach so Entschuldigung es lieben allein reicht offensichtlich nicht diese ihn liebende Person muss ihn offensichtlich so lieb haben dass sie ihm dann beim aufgehenden Vollmond das Kreuz in die Brust haut das macht man meistens nimmer dann an der Stufe einer Beziehung wo man sich wirklich lieb hat aber egal ist finde ich aber generell eine wirklich super Information nach dem Vollmond hättest du vielleicht einen Tag früher damit rausrücken können damit hätte dann zumindest der Wanderer immer noch Suppe essen können und wäre nicht selber zur Suppe verarbeitet worden aber gut er hat eine Ausrede dafür dass er das nicht früher erzählt hat und damit ist natürlich alles klar und jetzt bitte haltet euch fest krallt euch irgendwo an euren Tisch ein weil das ist wirklich kaum zum Aushalten die Ausrede von Paul Naschi wieso er nicht früher mit der Wehrwolf Geschichte rausgerückt hat er hat es vergessen hallo na gut solange ein Finanzminister vergessen kann dass er einen Laptop besessen hat oder nicht und nicht mit einem nassen Wettex aus dem Raum gejagt wird glaube ich einfach alles aber ganz wie kann man vergessen dass man sich einmal in der Woche Rattenfell ins Gesicht klebt im Wald wehrlose Kameraleute belästigt und damit zerfetzten Klamotten nach Hause dortelt wie nach dem besten Dorffest aller Zeiten aber okay ich steig sowieso langsam schon aus bei dem Film weil es gibt es also den Wehrwolf die Vampirin und den Satan der jetzt in der Waldburg ist nach die Vampirin flachlegen möchte und das ist dann aber scheinbar das aller aller schlimmste mehr oder weniger die die Nacht der Vampire 2 in diesem Fall und das ist ein Gedanke von dem müssen wir uns mal kurz erholen Elvira reagiert übrigens auf diese Nachricht auf die einzige Möglichkeit die ihr einfällt sie geht auf ihr Zimmer und schmiert sich dort hat ins Gesicht das hilft natürlich wahnsinnig vor allem wenn dann diese eine Vampirin wieder dort auftaucht und ihre beste Reaktion ist hier liegt das Kreuz das ihr bereits einmal geholfen hat gegen die Vampire was macht sie lasst ihren Fetzen genau so fallen dass er direkt auf dem Kreuz liegen bleibt was für eine dumme Kuh logischer reise hat sie wenige Sekunden später zwei Beißerchen im Hals stecken für die Vampire war das übrigens dann ur super weil in der nächsten Szene tanzt sie grinsend in der Gegend herum natürlich was natürlich absolut komplett bescheuert ausschaut da fragt man sich ehrlich gesagt ob irgendwie ein unehrliches Kind von John Wu und Michael Bay diese Szenen gedreht hat weil sie nämlich einerseits doch recht in Zeitlupe gedreht sind aber dann halt doch einfach ganz blöd aussehen aber dann möchte sie natürlich diese Vampirin auch noch an Waldemar verköstigen der aber sein Blut ehrlich gesagt ganz gern selber behalten würde deswegen beschließt er sie auf dem Friedhof auf einem Kreuz aufzuspießen und da frag ich mich jetzt aber eine klitzekleine Kleinigkeit wie kann das eigentlich sein dass diese Vampirin überhaupt auf diesem Friedhof ist wir haben vorher Szenen gesehen wo sie beim bloßen Anblick eines kleinen Kreuzes fauchendes Weite gesucht hat und dort stehen ein bisschen mehr von diesen Teilen herum vor allem wird sie auf einem davon aufgespießt und löst sich trotzdem nicht irgendwie auf nein aber apropos Dinge die sich aus komischen Gründen auflösen ihr Tod lösch dann auch rückwirkend die Bissspuren in Elviras Hals Quasi der Edge of Tomorrow Effekt in blöd und die schwarz gekleidete Chef Vampirin findet das dann alles offensichtlich so furchtbar dass sie deswegen so schnell wie möglich abhaut und mit ihr so schnell wie möglich meine ich natürlich in Zeitlupe logischerweise Hanashi sagt in der nächsten Szene es ist alles gut äh nein es ist in Wirklichkeit gar nichts gut ich meine jetzt mal abgesehen davon dass das nicht gut ist ist auch alles das was euch in diesem Film passiert nicht gut und Elvira sagt er noch zu ihm ganz ich muss Ihren Experten Ihren Klugheitsblick muss ich irgendwie nachmachen können Moment er hat mich angegriffen aber das Kreuz hat mich nicht beschützt aber geh wirklich wenn du's verdeckst es ist ungefähr so wie wenn ich auf meinem Laptop die Nacht der Vampire auftrehe und dann den Deckel vom Laptop zumache dann kann ich's auch nicht mehr sehen was in diesem Fall allerdings ein Vorteil für mich gewesen wäre anyways am nächsten Tag oder mitten in der Nacht irgendwann das kann man ja bei dem Film generell recht schwer sagen geh naschi und weil wir dann durch diese Ruine und naschi sind wir haben gesucht und gesucht aber wir haben ihr Versteck nicht gefunden also ganz ehrlich bis jetzt war es eigentlich fürs finden dieser Vampirin am effektivsten irgendwo 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 zu sitzen zu liegen zu stehen und zu warten bis sie zu einem hinkommt zu einer Art überdimensionale Mücke ist sie ja quasi eigentlich eh auch und jetzt mal kurze Frage was haben die beiden jetzt wirklich in der letzten Woche gemacht weil er hat zwar gesagt oh wir haben sie jetzt gesucht und gesucht aber das klingt für mich ungefähr so wie wenn mir jetzt jemand sagen hey hast du das Steelbook von blablabla und ich so ich hab gesucht und gesucht aber ich hab's leider nicht gefunden aber offensichtlich sind dazwischen schon wieder sieben Tage vergangen denn erinnert ihr euch noch an diese kurze Unterhaltung so vor 10 15 Sätzen in diesem Film dass er vergessen hat überhaupt dass er ein Wehrwolf ist und dann quasi ist es ihm wie Schuppen vor den Augen wieder gefallen dass er sich plötzlich verwandelt hat jetzt sagt er plötzlich dass schon wieder Vollmond ist und er schon wieder sich verwandeln wird also muss da irgendwie eine Woche dazwischen bis jetzt hat dieser Film in sehr abgesteckten einfachen Zeitsystem gespielt und jetzt springen wir einfach in einer Woche was genau haben die gemacht wahrscheinlich in der Zwischenzeit die ganzen Szenen eingebaut die Paul Nashi nur so mit dem Filzer ins Drehbuch geschrieben hat was eigentlich eh nur für seine private Sammlung gedreht wurde aber dann kommt noch so ein kurzer Satz wie wir haben Vampirella oder wie diese Dominos heißt noch immer nicht gefunden wegen dem Labyrinth bla 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 kommt auf der DVD ein Telefonat im spanischen Originalton und das ist eine Szene auf die bin ich jetzt tatsächlich wirklich wahnsinnig gespannt weil ihr dürft doch eines müsst ihr nicht vergessen weil dass die Szene ohne deutsche Synchro abläuft heißt dass das eine von den Szenen war aus dem Film die damals in der alten deutschen Kino und Videofassung gefehlt hat und wenn ich mir denke was für eine langweilige strunzdofe unerträgliche Grütze uns in der letzten Stunde in diesem Film hier vorgesetzt wurde dann bin ich jetzt wirklich neugierig was war das Material wo sogar der damalige Filmvertrieb gesagt hat okay pass wir können den Rest von dieser Sülze durchdrücken aber das ist uns zu blöd das ist wirklich 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 arg ich glaube eine Steigerung ist nicht möglich gut es könnte man auch wurscht ja nicht sein mir war es nämlich sogar so wurscht dass ich mir nicht einmal die deutschen Untertitel eingeschalten habe und demnach auch nicht einmal verstanden habe was er telefoniert in der Szene bin einfach davon ausgegangen dass es ähnlich wurscht ist anyways Wolf mein Nashi hat sich dann in der Zwischenzeit mit der dünnsten Kette am dünnsten Querbalken irgendwo festgebunden den er finden konnte ist ja dann nicht so dass wenn er sich in irgendein Universal Monster verwandelt der vielleicht ein bisschen kräftiger ist als man mit diesen Fesseln aus dem Spiel Spielzeuggeschäft abdecken kann ich mein ganz im Ernst das ist so als würdest du den Hulk mit Zahnseide an den Fahrradständer binden aber gut es tut mir echt leid jedes Mal wenn ich Paul Nashi in diesem Film sehe dieser pelzige Chewbacca-Schädel mit Hemd und Hose das ist einfach so lustig ich fasse es nicht vor allem wenn jetzt dann die Handlung von diesem Film langsam in Fahrt kommt langsam meine ich übrigens in Zeitlupe meistens Pierre schlägt wenn wir nämlich nieder entführt sie ist euch wurscht mir auch aber Wolfi ist natürlich schon durch Telepathie von diesem Umstand informiert und er fährt von dem Raub und fällt Pierre an und tötet ihn und in diesem Haus übrigens in dem es angeblich bereits seit Monaten keinen Strom mehr gibt ist es mitten in der Nacht wieder einmal taghell während wir im Hintergrund die heulenden Wölfe hören also ich habe jetzt keine Ahnung ehrlich gesagt wer weniger Ahnung von dem Aufbau dieser Szene hat war es der Drehbuchautor der Beleuchter oder vielleicht doch der Soundmixer ich weiß es nicht aber so ganz passt das nicht auf jeden Fall Nashi beißt Pierre tot und damit ist dann im Endeffekt eigentlich der nächste Plotpoint komplett im Sand verlaufen weil damit hat sein Charakter eigentlich so gut wie gar keinen Sinn für diese Handlung aber zum Glück kommt wieder eine weitere Szene mit Mr. Ich bin zu unnötig für eine deutsche Synchro-Ladi da denn diesmal gibt es aber was zum Trinken leider nicht für uns weil wie gesagt die versprochene Flasche Jägermeister habe ich da drinnen immer noch nicht gefunden aber es gibt jetzt tatsächlich eine Dialogszene mit diesem Typen für 6 Minuten in der eigentlich nichts passiert was für ein Wunder dass das rausgeschnitten wurde apropos übrigens 6 Minuten jetzt kommt diese Szene die Herr Naschi ins Drehbuch hineinrequiriert hat auf den er den ganzen Dreh gewartet hat und Spoiler Alarm es ist nicht die Szene wo er in der Bank um ein Darlehen für die Renovierung seines Hauses ansucht nein nein bei diesem nächsten Waldspaziergang passiert dann aber was ganz ganz Schreckliches ein Typ vom Dorf weiß dass er ein Mörder ist und möchte ihn deswegen töten und weil er so klug ist kommt er allein und nimmt außerdem noch ein Messer mit statt einer Uzi you son of a bitch bringing a knife to a tooth fight auf jeden Fall wie soll es denn auch anders sein er geht mit dem Stabi-Stab auf Paul Naschi los der trägt aber ganz offensichtlich eine ganz seltsame Art von Lederjacke die gegen Stechi-Stechs immun ist deswegen prallt das Messer ab der Typ wird dann wieder so wie am Anfang von dem Film ihr könnt euch erinnern ungefähr so angeschubst fällt dann um fällt dann auf sein eigenes Messer und stirbt weil er sich dieses Messer und das muss man sich in der Szene anschauen das ist so blöd das glaubt man mir nicht wenn ich das so sage weil er sich dieses Messer wirklich eineinhalb Zentimeter tief in den Bauch gerammt hat ganz ehrlich wenn ich mir in diesen Bauch eineinhalb Zentimeter tief ein Messer hineinramme dann werde ich daran nicht sterben weil das ist noch nicht einmal im Bauch das ist quasi immer noch im Big Mac von vor zwei Jahren aber er stirbt einfach wundervoll aber gut wir haben jetzt nur mehr 15 Minuten an cinematografischer Leichenstarre über das ist ein guter Wuppe also wird es Zeit dass wieder noch ein paar der beleibten Lachnummern zu Wurmfutter werden und jetzt die gute Nachricht Marcel ist da hey und für diejenigen die sich jetzt wahrscheinlich gerechtfertigerweise fragen who the fuck ist Marcel das ist der Typ der in den letzten Szenen so wichtig war dass man ihn nicht einmal synchronisiert hat da hat er sich nämlich eigentlich in der Stadt ein bisschen umgehört wollte ein paar Dinge herausfinden über quasi Paul Nashi und er ist aber in Wirklichkeit der Haberer von einer von diesen zwei Studentinnen aus Frankreich und hat offensichtlich mit dem was ein Viren diesen einen Brief geschrieben hat den sie ihm über das Gasthaus schicken hat lassen so präzise beschreiben können wo sie ist dass er dort direkt hingefunden hat in dieses verschlaffene Kaff aber das glaube ich nicht weil ich mir sicher bin wenn sie ihm diesen Brief mit der Post geschickt hat dann ist sie altgrau und sieht aus wie die Komtessa in diesem Grab bevor der Brief bei ihm ist ganz ehrlich ich war zwei Jahre unterwegs vom Wald in Lübeck und auf jeden Fall hat er eben bereits erfahren dass alle Paul Nashi hassen das kann ich auch wirklich verstehen weil ganz ehrlich wer so beschissene Filme macht der bringt einfach Schande über sein Dorf und damit ist Nashis Dumpfbackenparadies wirklich die zweiterrnste Stadt auf dem Planeten direkt neben Stadt Lohn aber Marcel erzählt dann auch viele Mädchen sterben an einer unbekannten und mysteriösen Krankheit warte mal meinst du die von einem äh wilden Wolfsazubi aufgeschlitzt werden Krankheit oder vielleicht die zwei Vampirzähne schlagen sich in einen Hals und saufen dein Körper leer Krankheit keine Ahnung welche du machst aber diese klügste aller Marcells in diesem entlegenen Dorf mitten im nirgendwo dem Mann den dort niemand leiden kann sagt er haben sie etwas damit zu tun natürlich da wird sofort alles geschehen das wird das wird ablaufen wie am Ende von einer Folge von ähm Mord ist ihr Hobby dass der Typ nicht nur sofort geschieht ja ich bin eigentlich ein Werwolf und ich hab sie wirklich getötet nein der wird nur zugeben dass er im Alter von fünf Jahren irgendwann einmal im Supermarkt ein Kaugummi-Automaten aufbrochen hat und dass Marcel ihm dann auch noch damit droht ja wenn er wiederkommt wenn er die Polizei mitbringt ist vielleicht auch nicht so klug bei dem Typen der nicht nur in seinem Gebiss die scharfen Messer drinnen hat sondern vielleicht auch irgendwo eine Bestecklade hat und ihn in einen Messerblock verwandeln könnte wenn er ihm weiter am Arsch geht irgendwie ist das nicht wahnsinnig klug ich meine gut irgendeinen wildfremden Mann mitten in genau dessen Wohnung im Brande von nirgendwo so anfangen da gehört wirklich wirklich mächtiger Mut dazu und Dummheit sehr sehr viel Dummheit am nächsten Tag fahren Marcel und Elvira dann weg und ihr werdet euch nicht vorstellen können was passiert offensichtlich hat er sich dann auch dort wiederverfanden sie fahren bei Tageslicht weg und nachdem sie nach einem Schnitt immer noch in demselben Wald sind ist es dann plötzlich finstere Nacht oder sowas in der Art weil und dann kommt eine der seltsamsten Szenen des ganzen Films eine Frau lehnt tot an einem Baum und wartet offensichtlich in dieser Position nur darauf im richtigen Moment ein vorbeifahrendes Auto anzuspringen und als Marcel dann aussteigt und die schwarze Göttin der Vampire auftaucht schießt er einfach auf sie nicht einfach so ah guten Tag ja sind sie sie schauen aber da komisch aus sie gehen wirklich extrem lang geht's geht's ihnen gut ist es eher so die amerikanische Polizeiversion boah hallo aber egal quasi der Satz ich habe sechs kleine Freunde die alle schneller laufen können als du ist halt aber gemein wenn die andere Person sowieso nur in Zeitlupe rennen kann aber natürlich muss die Dame im Faschingskostüm am Ende zu ihrem Ziel kommen Marcel und Elvira sind plötzlich gefesselt gefangen genommen irgendwo in dieser Ruine erinnert ihr euch genau den Ort den eben Wolfi und Elvira eine Woche lang offensichtlich gesucht und nicht gefunden haben aber Mrs. Dracula Darkula Verzeihung faselt dann plötzlich eben irgendeinen Schwachsinn daher wobei ich mich an der Stelle frage warum redet die nicht eigentlich auch in Zeitlupe beziehungsweise warum kann sie nicht sogar in Zeitraffer reden oder warum kann nicht einfach der ganze Film in Zeitraffer abrennen so zehnfache Geschwindigkeit nach 9,1 Minuten ist der Scheißdreck zu Ende ganz ehrlich da bin ich doch lieber ein Sonnenstrahl der diese Zeit braucht von der Sonne auf die Erde bevor ich sie mit Nacht der Vampire verbring vor allem weil in der Nacht wissen wir ja alle da scheint die Sonne nicht wieder dreht sie irgendjemand ab da kann ja nicht sein dass die Sonne auf der anderen Seite von der Scheibe ist weil so funktioniert ja die Welt nicht anyways Waldemar Wolfi der Typ der jetzt das Versteck natürlich gefunden hat der ist jetzt einfach da wir haben das letzte Mal als wir über das Versteck geredet haben gesagt oh wir haben es so lange gesucht oh je und gar nicht gefunden der hat es jetzt einfach gefunden offscreen offcamera offscript irgendwo doch der halt jetzt dann plötzlich auf verwandelt sich in einen Wehrwolf und liefert sich and I swear to you this is true den besten Finalkampf ever das ist ein hundsmiserabel choreografierter Kampf mit einer Soundkulisse die ungefähr so klingt wie bei einem Erotikfilm mit Quasimodo in der Hauptrolle so ungefähr als würde man 20 Chihuahuas auf einen Haufen werfen und ihnen Futter hinwerfen wie so und das hörst du die ganze Zeit während dieser Wolfsmensch gegen diese Vampirbraut kämpft und natürlich dann nach wesentlich zu kurzer Zeit irgendwann einmal gewonnen hat es waren gefühlte 20 Sekunden ganz ehrlich wenn das 90 Minuten gedauert hätte dann wäre dieser Film jede Sekunde davon wert gewesen der Vampirbraut schmilzt dann das Gesicht dahin wie am Ende dem einen Typen am Ende von Indiana Jones nur halt natürlich nicht ganz so gut gemacht und als Dank bekommt Nashi dann sofort Paz das Kreuz in die Brust gefetzt und verwandelt sich zurück mit ähnlich großartigen Transformationseffekten ganz ehrlich langsam mag ich diesen Film aber ohne dann auch nur mehr ein einziges Wort noch wegen irgendetwas zu verlieren gehen stehen Elvira und Marcel auf spazieren in den Sonnenuntergang abspann das war's und was muss ich sagen was für eine Ladung Wehrwolf Kacke dieser Film doch war holy freaking hell das war definitiv einer der langweiligsten unatmosphärischsten dämlichsten blödesten und füge noch 20 verschiedene Synonyme für dumm ein die mir jetzt gerade entfallen sind so ein elendiger Dreck und ich muss zugeben ein bisschen mag ich ihn auch also der Großteil des Films ist einfach derartig schwachsinnig dass er nur langweilig ist aber manchmal sind diese schwachsinnigen Dialoge so unterhaltsam dass sie auch wirklich unterhaltsam sind ganz besonders diese ganzen Wehrwolf Effekte sind wirklich interessant aber was ich wirklich überhaupt nicht fassen kann sind einige Trivia Informationen zu dem Film die ich tatsächlich am Ende noch sagen möchte erinnert ihr euch noch an die eine Stelle in dem Film wo es gegangen ist quasi um diesen Typen aus der Dimension der reitenden Leichen nicht dieser Film hat von den reitenden Leichen geklaut nein Armando de Osorio hat das komplette die reitenden Leichen Franchise basiert auf dieser einen Szene in dem Film weil dieser Film wurde veröffentlicht ein paar Monate bevor dann die reitenden Leichen gestartet sind außerdem hat dieser Film angeblich den Boom des spanischen Horrorfilms in den 70er Jahren losgetreten weil er derartig fantastische Einspielergebnisse erzielt hat außerdem war Patty Shuppert die Schauspielerin der Vampir Oberbossin dass sie vielleicht sogar die neue Horrorqueen von ganz Amerika wird an der Stelle von Barbara Steele es ist übrigens schon der fünfte Film mit Waldemar Daninsky von Paul Naschi als Vampir und die Szenen in Zeitlupe wurden von Leon Klimowski deswegen so gedreht damit der Film ein bisschen unheimlich wirkt gehabt unheimlich langweilig unheimlich deppert unheimlich blöd und unheimlich blöd übrigens war auch diese Idee von mir mir heute ausnahmsweise mal kein Spray in die Haare zu tun das übrigens als kleines Gimmick auch für diejenigen die sich fragen wie sieht denn Zocchi aus ohne die Kiloteile in Haar ja so und ich werde mich sofort wieder richtig schön machen aber ich freue mich dass wir es endlich wieder geschafft haben uns hier zu sehen bei einem brandneuen Zocchi Platz der Kragen ich hoffe ihr hattet Spaß damit es waren 20 A4 Seiten Skript es hat sicher 10 Stunden gedauert obwohl das Ding bereits eigentlich vor 3 Jahren fertig war aber ich wollte euch dieses verspätete Weihnachtsgeschenk noch einmal bringen ich hoffe ihr hattet Spaß bitte bleibt gesund kommt gut durch den 720. Lockdown und ich richte mich jetzt wieder mal her wie einen normalen Menschen Ciao bis zum nächsten Mal